Ein Mund, Kettel, Eintracht, Herr Rechnung, aufmachen, Wohlsein, mit einem Wasser aus der Herdrechnung, und komm, und löst, und fass, und schlau, und löst, und löst, und unzuliefer, Ich hab' dir erst in den Schatten essen, sehr happy und gemacht und nicht zerstört, selbst beruhigt. Ja, das war gut. Diesen Hühner-Maxime abgeschöpft. Hat eine Weile gedauert, aber irgendwann hat's geklappt. Einigermaßen jedenfalls. Dann hast du dich nur noch dran gehalten, die du darfst nicht sein. Dann hab' ich hier meine Vorstellungskraft neu kartiert. Vielleicht erfrage ich mich, dass diese Volkidioten von Chefs in der katholischen Kirche, warum die immer noch nach dem Motto ihre Priester mal zertieren und die Kinder ficken lassen. Wo sie doch, wenn sie ein bisschen der Fantasie sind, freien Lauf geben lassen würden, das Problem doch wirklich locker loswerden können. Ja. Echt? So ein Scheiß, ne? Aber der Franziskus hatte jetzt nicht geäußert. Der hat jetzt schon gut gegeben. Der hat jetzt schon gut gegeben. Der hat die Nato. Der hat die Nato kritisiert. Der hat die Nato kritisiert. Die Nato kritisiert. Nein, das heißt, es steht an der Grenze in Berlin. Berlin, die NATO. Die standen an der Grenze in Berlin. Nein, das steht in Berlin. Die katholische Preise, die katholische Preise hat jede Menge Nazis, Alt-Nazis, ja, Permanente da nach Parisien gekommen. Nach Parisien, erst mal nach, hier hat den Reifenswahl in Berlin gekannt. Den hat es gut, oder? Das sind so wahnsinnige Schätze, die du haben. Ich hatte das vergessen. Ich hatte alles vergessen. Das ist so wahnsinnig, das ist so wahnsinnig, besonders dichtes Teil. Ja, nimmt das denn gar kein Ende? Nein, es ist eine Überraschung. Wahnsinnig. Wie, der Michelangelo, dem Gottvater, dem Adam, hat das Wimmerpuppe so. Das ist ja auch noch was. Das ist ja. Ja, das war ein Bild produziert. Ich habe schon alles. Der David hat die Eierkante gar nicht nennen, der hat Haselnüße. Der David hat das in voller Fracht dargestellt und könnte teilt er das schon. Das war ja ein Auftrag von der katholischen Töne, das war ein Auftrag von der Jürgerstadt Florenz. So, da kommt dann ein bisschen auf Ruhe drücken. Auf die Idee bin ich auch jetzt erst gekommen. Und jetzt habe ich den Anleitung vertreten, um den Haar zu lösen. Übrigens, da geht was Interessantes. Hör mal, Frau, ich habe dir ja erzählt, wo habt ihr den Wein still? Mein Glas ist leer. Wein, kräschen nicht. Glas leer, Wein, bitte. Wie trinkst du noch? Ich muss mich nicht ohne. Wie viel? Wie viel? Fünf ohne. Ich blege. Wie viel? Ich habe dich noch ein bisschen auf dem Fazabler. Ja, einfach wo das immer noch immer wieder hier ist. Und da sind wir hier? Wie viel? Ja, wir sind das hier. Wie viele? Das hier ist das hier. Wie viele Leute dran sind. Das hier ist das hier zu? Wie viele Leute dran sind? Das hier sind die Leute dran. Ich habe die Leute dran. Vielen Dank. Und das war einer der größten Fehler, die in der abendländischen Pädagogik gemacht worden sind. Einer der Fehler, die sind, dass die Maxime, man soll keine Sünden begehen, in Gedanken, Worten und Reaktionen. So wenig. Na gut. Und das war eine große Rolle. 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 Und das war eine große Rolle.